Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal, HeidiPo66Grad und heute will ich euch fragen, warum ihr auf meine Fragen halt nicht antwortet, weil ich frage ja ganz oft, was ich noch machen könnte und alles weiter, ob ich einen Squishy zerschneiden soll, ob ich Musik machen soll, warum antwortet ihr nicht? Weil ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, also kann ich auch keine Videos mehr machen, denn ich habe auch langsam keine Lust mehr, weil mir fallen überhaupt keine Ideen mehr ein. Ich kann den Squishy ja auch für euch zerschneiden, wenn ihr es wollt, aber ich lebe es mal unten in die Kommentare, denn ich habe das Gefühl, ihr guckt meine Videos auch nicht zu Ende oder so, weil am Ende sage ich ja auch immer, was ich noch machen könnte oder so, also in der Mitte sozusagen. Ich mache das Video jetzt mal zwei Minuten lang. Ich hoffe, ihr guckt auch zu Ende. Wenn ich das Video beende, sage ich noch was, was ihr unten in den Kommentaren schreiben sollt. Wer bis dort hin geguckt hat, ist ein guter Fan, bevor ich nicht mal viele Fans habe. Also, ich frage euch jetzt noch einmal, wenn ihr nicht antwortet, dann kann ich auch keine Videos mehr machen. Ist jetzt nicht böse gemeint oder so, denn mir fällt auch nichts mehr ein oder so. Ich kann jetzt, ich schreibe mal unten, jetzt kommt, soll ich einen Squishy zerschneiden, was passiert oder sowas. Soll ich wieder Slime machen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Soll ich einen Zufallslime machen? Okay, ähm, wer bis hierhin geguckt hat, frage jetzt ein Herz-Emoji in die Kommentare, wer bis hierhin geguckt hat. Und wer wirklich ein Herz-Emoji geschrieben hat, den danke ich wirklich sehr. Den grüße ich auch immer in meinem Video. Okay, das war alles, Leute. Wir sehen uns dann vielleicht das nächste Mal. Und ja. Ciao.